Hallöchen und herzlichen Willkommen zum Vlogtober Nummer 5, glaube ich sind wir mittlerweile. Ja, ich gehe jetzt heute mal einkaufen und schau mal so was ich so alles... Ja, wie gesagt, freut mich noch mal bedanken. Ihr seid echt super im Moment, klasse Community, super viele Kommentare, freu mich mega drauf. Ja, und ich würde sagen, gucken wir uns mal an. Was ich so einkaufen. Bis gleich. Jo, ich habe eingekauft, bisschen Paprika, bisschen Puten-Beschnetzeltes. Ja, das wird schon, glaube ich, eine geile Asia-Pfanne. Und ja, jetzt bin ich gerade auch zurück und dann schauen wir mal, was wir sonst noch machen. Also, was ich auf jeden Fall noch besprechen wollte, ist, der Google hat ein neues Handy rausgebracht, nämlich das sogenannte Pixel. Und ja, da bin ich mal gespannt. Da werden wir gleich mal in den Trailer reinschauen. Ich habe den auf jeden Fall schon mal oben verlinkt. Und ja, dann würden wir uns mal sagen, gucken wir uns die Specs an. Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück an meinem Schreibtisch und ihr seht schon, ist es draußen mittlerweile dunkel geworden. Denn ich habe noch so viel zu tun gehabt. Der 5-Minuten-Mittwoch stand noch aus. Den musste ich noch machen und hochladen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt hatte ich gerade das ganze Ding schon aufgenommen und das hat einfach den Rahmen komplett gesprengt. Ich werde auf jeden Fall den Trailer verlinken zu dem Pixel-Phone, wie auch immer. Das wird da oben sein. So ein paar Eckdaten, über die ich halt drüber gehen möchte, ist halt, dass es relativ schnell aufladen kann, was ziemlich cool ist. Dass ich mir das extrem cool vorstelle, um damit mobil zu produzieren. Eben, weil es halt diese Möglichkeit hat, dass man die Fotos, dass die Fotos gebackupt werden. Dass es halt für VR entwickelt wurde, sprich Google Cardboard und wie heißt das neue Ding? Dream VR von Google. Wäre halt ziemlich cool, wenn man halt in der Richtung auch viel machen könnte. Dann natürlich der der Angriff, in Anführungsstrichen, auf Apple mit der Kopfhörer-Buchse ist natürlich auch sehr, sehr schön aufgegriffen. Der Internetkultur ebenso wie die Farben, die angeboten werden. Da haben wir dann dieses Quite Black, Really Silver, Ne, Very Silver, Really Blue. Das sind halt echt Dinge, die halt wirklich rausstechen, wo man so denkt, so, ja, Marketing-technisch echt gut gemacht. Wie gesagt, gönnt euch das Video. Wie gesagt, ist da oben irgendwo verlinkt. Ich finde auch die Musik optimal. Also, finde ich richtig klasse. Hat mir echt Spaß gemacht, diesen Trailer zu sehen. Würde auch gerne mal so einen Link in der Hand haben, aber bis jetzt leider noch nicht die Gelegenheit dazu gehabt. Mal schauen, was sich so vielleicht ergibt. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, heute ist der letzte Tag für das erste Gewinnspiel. Also, schön das Video nochmal durchsuchen, ob ihr vielleicht noch irgendwo eine kleine Zahl findet. Dann, mir entweder tweeten, dass ihr mir eine PM schreiben könnt. Oder ihr schreibt mir direkt bei YouTube. Wie man das macht, habe ich im ersten Video gezeigt. Und ihr müsst mir bitte in der richtigen Reihenfolge sagen, also Video 1 Nummer, Video 2 Nummer, Video 3 Nummer und so weiter und so fort. Und die ersten zwei, die es richtig machen, die kriegen die Keys. Und ja, bedanke mich natürlich ganz recht herzlich fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid auch morgen wieder dabei. Der Vlogtober hat nämlich noch 26 Tage. Ja, 31, das sind 26 Tage. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich möchte das nochmal sehr, sehr betonen. Ihr kommentiert fleißig, ihr teilt das Video und so weiter und so fort. Ich bin echt zufrieden mit euch Leute. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir auch ein Abo da, weil das hilft mir auch weiter, weil ich über diese Reichweite natürlich auch mehr für euch tun kann. Sprich, mehr Reichweite heißt auch für euch mehr Content, mehr Giveaways und so weiter und so fort. Und da haben wir alle was von im Endeffekt. Also kostet euch ja nichts. Gönnt euch das mal. Ja, und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen dann, wie gesagt, Aufnahme Equipment. Da möchte ich ein bisschen drüber gehen. Vielleicht auch ein paar Einstellungen, die ich so verwende, dann mit euch teilen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut, haut rein.